Hallo Film-Fraggles und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Im Herbst kommt ja der neue James-Bond-Film Spectre in die Kinos. Und das ist Grund genug, sich mal einige ältere Filme anzuschauen, darum habe ich mal mit dem zweiten begonnen. Heute geht es um Liebesgrüße aus Moskau. Das Filmradio mit Dante Zur Zeit des Kalten Krieges möchte sich der Boss der Verbrecherorganisation Phantom, auf Englisch heißt die übrigens Spectre, für den Tod von Dr. No im ersten Teil rechen. Dafür lockt er James Bond unter einem Vorwand nach Istanbul. Da beginnt dann sein Abenteuer. Rückblickend heißt es ja oft, dass Liebesgrüße aus Moskau einer der besten Bond-Filme ist. Und das kann ich auch so unterstreichen. Also die Stimmung des Kalten Kriegs wird toll eingefangen. Jeder weiß, dass jemand was im Schilde führt, aber niemand weiß dann doch so recht ganz genau, wie er reagieren soll. Man merkt, dass sich Sean Connery in seiner Rolle richtig wohl fühlt. Er liefert richtig was ab. Es ist ja auch, wie gesagt, erst Bonds zweites Abenteuer überhaupt. Daher wirkt das hier alles auch ein bisschen reifer und ein wenig düsterer als in James Bond jagt Dr. No. Für mich als Landschaftsfan ist das natürlich auch eine Augenweide, diese tolle Landschaft während der Zugfahrt zu sehen. Die Kamera fängt das auch wirklich gut ein und ist generell wirklich top. Gerade diese legendäre Kampfszene im Zugabteil wird richtig toll eingefangen. Echt richtig klasse und auch die ganzen typischen Bond-Elemente wie das Bond-Girl, die Gadgets, der tolle Soundtrack und der gute Bösewicht sind alle dabei. Also das ist wirklich ein ganz dickes Ausrufezeichen der Bond-Ära und wenn ihr euch dafür interessiert, dann darf dieser Film wirklich nicht fehlen. Liebesgrüße aus Moskau dauert 115 Minuten und ist auf IMDb mit 7,5 bewertet. Ich gehe noch höher, mir hat es richtig gut gefallen, 87 Punkte. Habt ihr den Film gesehen? Wie fandet ihr ihn denn? Und was ist eigentlich euer Lieblingsbond? Schreibt es doch mal in die Kommentare und wir hören uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich... Schreibt es doch mal in die Kommentare.